Hallo Leute, es geht weiter. Es geht weiter mit meinen Selbstmordattentatspielen hier. Und ein Lim dazu haben wir auch noch bekommen. Super. Künze, super. Wartet. Es geht weiter. Ah, perfekt. Oh, scheiße. Ah. Ab den kann man reiten. Okay. Da reiten wir doch gleich auf wie? Oh nein, Kuscheltiere. Kuscheltiere. Keine Kuscheltiere. Keine Kuscheltiere. Was gibt's hier? Okay. Was gibt's hier? Da gibt's hier gleich wohl Monster oder sonst irgendwas. Leben. Kann man hier weiter? Nein, da muss ich wieder wohl hoch. Ah. Ah. Okay, okay, okay. Dicke Shygeist. Oder Riesen-Skygeist. die hier alleine rummachen. Dieses Spiel ist nur pervers. Oder ich bin pervers. Ihr könnt euch das aussuchen. Dicke Shygeist. Okay. wie ein teil und du dicker scheige du wohnsohn du wohnsohn komm her okay es kann weitergehen hoch hoch weiter her weiter okay scheiße was gibt es denn hier schönes okay was gibt es hier die wollen mich hier verarschen oder ist bestimmt irgendeine münze hä wie weit soll ich noch runter fallen hier was los ich hoffe alles dass ich bekomme okay ich denke ich denke du bist eine dicke wette wo geht es hier lang okay aber kein problem kein problem kein problem und hier gibt es diese schlange was sie da darstellen soll das wird mich auch diese letzte münze will ich mir später wenn ich bock habe ich bin doch so 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 mario komm her komm her mario du bist die beste wahl dafür du bist die beste wahl ich hasse dich noch ein leben wartet was dann sehen was passiert wenn ich das jetzt auch noch verliere du wirst du sehen dann mache ich dein leben zur hölle und peach leben auch okay ich habe jetzt richtig ich habe jetzt eine richtig stinkwut also wir sehen uns gleich beim endgegner wieder kurze cut so leute es geht weiter es ist schnell geschafft okay ich habe alle münzen wie ihr seht ja ist klar ich habe ja nicht getötet Mist aber kein problem das heißt gemacht Okay wir haben noch vier minuten Vier minuten auch okay Das schaffen wir in diesen vier minuten da sind in der dritten welt Ey du würdest mich doch hier verarschen oder Du Juan du ich schwör auf alles leute ich Okay wer das spielt Ich werde das bereuen dass ich angefangen habe zu spielen Ich dachte es wird spannend sein und lustig und das wird leicht aber Da habe ich mich wohl geirrt Da habe ich mich wohl geirrt Och man Man oh man Ich hasse diesen boss ich hasse dieses spiel Wie kann man sowas spielen das ist doch zu brutal und zu schwer Ja Wartet Okay noch drei minuten Drei minuten Drei minuten Drei minuten Das schaffe ich noch in diesen drei minuten Danke Okay Was denkst du? Ich denke ich bin ein Klempner Und ich bin auch einer Okay geschafft Jetzt muss er mit den Eiern kommen oder sie oder es Ey du Juan Safe state Es geht weiter Es geht weiter Es geht weiter Es geht weiter Okay Ich glaube das ist mein letzter Hä was ist jetzt passiert? Wartet Ihr wollt Äh die wird das spielen wir mich doch verarschen Ja Das spielen wir mich echt eiskalt verarschen Wartet Wartet So Leute ich hab das noch von vorne wieder gemacht Weil Als ich stopp gesagt habe Hat mich ein Scheiß Hurensohn namens Keine Ahnung Mich von hinten Mit dem Ei abgeschossen Also es geht weiter Von hier aus Oh scheiße Das war die Tür Entschuldigung Wart Oh nein jetzt kommt das wieder Wartet Es geht weiter Tut mir leid wenn ihr diesen vier Part seht Wie ich zu viel warte stopp sage aber Ich kann nichts dafür So ist das halt Und Den hier werde ich damit töten Ah Ist das Okay Ein Ei Ach man du willst mich doch hier verarschen Du 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 Jetzt kommt noch diese Scheiße Wartet Tut mir leid Für diese ganzen störungen und alles Und noch diese scheiß werbung Heute ist echt Nicht mein tag Für dieses let's play Alles ist schief gegangen Und noch diese Hure Habe ich gleich hier töten lassen Okay Wartet So Leute Wir sehen uns im nächsten Part Da bin ich vielleicht Viel viel ruhiger Und entspannter Aber Werden wir sehen Also damit sage ich mal Tschüss